Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem kurzen Video Review. Heute geht es wieder mal um das Thema Stromversorgung. Was macht man, wenn das Smartphone zu schnell leer ist? Man nimmt entweder das normale Netzteil mit oder man verwendet so eine Powerbank. Das ist nichts anderes als ein mobiler Akku, den man zuerst daheim auflädt und unterwegs dockt man diesen über das ganz normale Kabel an das Smartphone an. Alternativ dazu gibt es so etwas, das ist eine Solar Powerbank. Das heißt, die wird mit Sonnenenergie aufgeladen. Das ist besonders praktisch, wenn man zum Beispiel im Urlaub unterwegs ist oder wenn es einfach wirklich weit und breit keine Steckdose gibt, dann hat man eine entsprechend erweiterte Kapazität des Akkus und kann dann ein, zwei, dreimal oder sogar öfter, je nach Modell, das Smartphone auf diese Weise aufladen. Es gibt aber noch etwas anderes und zwar etwas sehr Pfiffiges, was ich entdeckt habe und das möchten wir uns jetzt hier mal genauer ansehen. Konkret geht es um die Schlüsselanhänger mit Ladefunktion von Juiceful, die ich bei mobilefun.de entdeckt habe. Und diese Teile sind besonders praktisch, denn man kann damit nicht nur völlig problemlos ein Smartphone unterwegs aufladen, sondern es gibt sogar noch ein Modell mit einem USB-Speicher. Das heißt, das ist gleichzeitig auch ein USB-Stick. Erhältlich ist dieses Teil in insgesamt vier verschiedenen Varianten. Das heißt, einmal mit Lightning-Anschluss für Apple, wie wir das hier sehen. Und dann gibt es auch noch eine Variante mit Micro-USB-Anschluss, der dann für viele andere Geräte funktioniert. Und dann jeweils die Variante mit oder ohne USB-Stick-Funktionalität. Hier eben das Modell mit 16 GB. Hier also die beiden Lightning-Ausführungen dieses Steckers. Man sieht, das ist also sehr, sehr clever gelöst, die ganze Angelegenheit. Mit dem USB-Stecker lädt man diesen kleinen Akku auf. Gleichzeitig natürlich ist das die Verbindung zu einem Computer, wenn man die Variante mit Speicher-Chip gewählt hat. Und das hier ist klarerweise der Lightning-Anschluss. Über diesen verbindet man dann den Stecker mit dem Smartphone. Unser Testfazit zu diesem 3-in-1 Key-Wing Charger. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Angelegenheit. Man hat nicht nur eine kompakte Powerbank, die man wunderbar befestigen und eben als Schlüsselanhänger verwenden kann, sondern das Ganze lässt sich direkt an das jeweilige Gerät anschließen. Außerdem spart man sich das Datenkabel, denn über die USB-Schnittstelle lässt sich zum Beispiel ein iPhone auch direkt mit iTunes synchronisieren. Diese Konstruktion hier ist auch iOS 7 kompatibel. Das heißt, es gibt keinerlei lästige Fehlermeldungen beim Anschließen. Und wenn man sich eben auch noch für die Variante mit Speicher-Chip entscheidet, dann hat man gleichzeitig noch einen USB-Stick mit dabei. Zusammenfassend können wir nur sagen, ein absolutes Daumen hoch für dieses praktische Teil hier.